Was willst du von mir? Unterstützung in deinem Kampf? Sag keinem nach! Warum sollte ich mich um dich oder deine Ziele scheren? Ich entstamme einer anderen Dimension außerhalb dieser Schöpfung. Das religiöse Gezänk in dieser Welt interessiert mich nicht. Nichts und niemand in deiner Dimension kann sich mit meiner Macht messen. Allerdings gibt es noch eine Kreatur aus einer anderen Dimension. Den Karnach. Er hat gelernt, die magische Energie, die durch diese Welt fließt, für sich zu nutzen. Mit diesem zusätzlichen Wissen könnte seine Macht eines Tages der meinen ebenbürtig sein. Ich habe mein hohes Alter noch deshalb erreicht, weil ich dengleichen immer erfolgreich verhindert habe. Deshalb will ich dir einen Handel vorschlagen. Wenn du den Karnach tötest, werde ich dir sagen, wo du Antworten auf deine Fragen finden kannst. Zusätzlich werde ich sogar die Menschen freilassen, die sich noch in meinen Zellen befinden. Tier oder Menschenfleisch. In meinem Alter schmeckt ohnehin alles gleich. Ich schlage ein. Und im Vertrauen. Ich mache mir auch nicht so viel aus Menschenfleisch. auf der BND. Hier ist manchmal nicht so viel aus shops.